Die Höllendeals der Woche. Top Hardware zum Schnäppchenpreis. Dieses Jahr bauen wir nicht nur die Höllenmaschine 8 für euch, sondern wir haben auch ein Schnäppchenprogramm aufgelegt. Die Höllendeals in Kooperation mit Case King. Und wir haben euch ja versprochen, wenn es was Neues gibt bei den Höllendeals, dann sagen wir euch Bescheid und das tun wir hiermit. Ihr sucht einen bezahlbaren, aber guten Gamingstuhl? Dann haben wir jetzt ein wahres Schnäppchenangebot für euch. Schaut selbst im Preisvergleich eurer Wahl nach. Dort kostet der Nitro Concepts E220 Evo Gamingstuhl mindestens 195 Euro. Unser Höllendealspreis 149 Euro. Ihr spart also weit über 20%. Dann haben wir noch eine Kooperation mit Teufel, die ja ebenfalls Sponsor der Höllenmaschine 8 sind. Da gibt es 10% Rabatt auf alle Produkte von Lautsprecher Teufel. Ihr braucht dafür einen Rabattcode, den findet ihr in der Videobeschreibung. Und ein neues Gehäuse ist diese Woche auch dazu gekommen in den Höllendeals. Und zwar das Phanteks Eclipse P400S. Das besitzt ein Sichtfenster aus Hartglas und hat eine Volldämmung. Das heißt, ihr könnt besonders leise PC-Bilds machen. Der normale Preis für das Gehäuse beträgt 89,90 Euro. Unser Höllendealpreis 74,90 Euro. Da habt ihr auch immerhin noch 17% gespart. Unter www.pcwelt.de slash hm08deals könnt ihr euch tagesaktuell über die Deals informieren. Und wenn es wirklich fette neue Schnäppchen gibt, dann machen wir auch wieder ein extra Video für euch. Wenn ihr euch auch für andere Schnäppchenangebote im Technikbereich interessiert, dann lest täglich unseren Schnäppchenartikel. Da gibt es jede Menge Angebote vom Smartphone bis zum Fernseher. Auch diesen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Doch auch für Gamer haben wir etwas im Programm. Jeden Freitag vergleichen wir die Preise auf Steam und Gamesplanet und picken euch die attraktivsten Angebote raus und sagen euch natürlich, wo gibt es das Ganze am billigsten. Freut euch auf weitere Videos zur Höllenmaschine 8. Und wer es gar nicht mehr erwarten kann, der kann ja schon mal auf pcwelt.de slash hm08 nachschauen, was für ein Prozessor in die Höllenmaschine 8 kommt. Ansonsten checkt die Links in der Videobeschreibung, pickt euch die Schnäppchen raus, die euch am besten gefallen und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Halt! Noch nicht abschalten! Wisst ihr überhaupt, dass ihr die Höllenmaschine 8 gewinnen könnt? Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Video. Und wenn ihr wissen wollt, was in der hm08 steckt und was sie leistet, dann klickt euch in die hm08 Playlist hier drüben rein. Ach, komm hör doch auf, abonniert uns doch einfach gleich. Dann verpasst ihr kein Höllenmaschinen 8 Video mehr. Also, wir sehen uns. Ciao.